Ich weiß, Freundschaften zwischen dem Mädchen und dem Jungen können kompliziert sein, aber ich bin immer für dich da, wenn du reden willst. Also, was denkst du? Meine echten Brüste oder Pushtab? Willst du tanzen oder willst du eher... Hey, Alec. Bethany Williams hat ein Auge auf mich geworfen. Die hat sich nur gewundert, wieso du dir einen Pickel auf der Stirn nicht ausdrückst. Komm her, ist gleich erledigt. Hey, Finger weg. Guck dir mal Greg an, was für ein Affe. Aber ein gut aussehender Affe. Bethany macht beim Sex so ein Gesicht, genau so. Hör auf. Ist Alex da? Er ist beschäftigt. Er kommt in circa drei Minuten. Du, meine Güte. Ich weiß, voll eklig. Du siehst gerade viel zu sexy aus. Ich hab kurz geglaubt, du wärst in mich verliebt oder so. Alex, werd mal nicht übermütig. Damit lügst du dir sowas von selbst in die Tasche. Ach. Tschüss. garment Untertitelung. BR 2018